ja wir kommen hier wieder aus augen heute ist der letzte tag und der abreisetag wir haben jetzt gefrühstückt und ja jetzt schauen wir noch fernsehen und wahrscheinlich fahren wir jetzt dann noch auf rollfratzhausen zu robert und staller und den drehort er ist ja geplant zugspitze aber ja es schneit aber wir müssen jetzt erst mal schauen wie wir es machen weil auf der zugspitze nee weil auf der zugspitze liegt erst ein schnee und wir müssen die obacht geben weil es hat es gab nämlich hochwasser und ja wie gesagt wir müssen echt obacht geben wie gesagt wir müssen obacht geben und wir schauen gerade feuerwehrmann sam auf die 1 die spielen titanik nach und tschau also leute wir sind jetzt hier in wolfratshausen bei hobert und staller und ich nehme euch immer ein bisschen stück mit und so bis dahin dann tschau also hier ist diese berühmte bank von hobert ohne staller da waren die dann drauf gehockt wir gehen und wir sind jetzt hier den nächsten rundweg bis dann also wir wandern jetzt nächsten ding nächsten rundweg zu hobert ohne staller die bank haben wir gelöst und jetzt geht es weiter also wir sind jetzt hier auf dieser brücke und schaut euch einfach mal an wie wie stark hier dieses hochwasser ist also hier ist dann diese brücke aber schaut euch einfach mal an wie hoch da dieses hochwasser ist also manchen stellen habe ich euch nicht mitgenommen weil ich auch gut selber für mich war und jetzt sind wir hier auf dieser brücke da wo hobert und staller angeblich oder sollten sie hier rüber gegangen sein angeblich also laut den filmen sollen sie hier auf dieser brücke gegangen sein ja also leute manche gehen jetzt noch ein stück weiter die müssten dann da vorne über die brücke noch aber aber ich hatte irgendwie keinen bock mehr weil das meine meinung ubert und staller interessiert mich halt null ich schaue halt gar nicht die filme an und jetzt käme hier vorne in dieses wirtschaft ein vermute ich vielleicht oder von gleichheit und ja ich habe auch nicht so viel gefilmt weil ganz ehrlich mir interessiert das nicht von von hobert und staller und ja gehe ich halt dann da noch schnell rein das ist hier diese wirtschaft und ja also leute ich bin jetzt tatsächlich wieder daheim warum es so dunkel oder rot ist weil weil ich gerade noch ein wenig im dunkeln bist ja jetzt natürlich so ich möchte sagen das war tatsächlich mein urlaub von allgäu es war richtig schön danke auch an die kollegen die wohnen und dabei waren auch und den tollen spaß hatten ja die kommenden wochen woche kommt dann alle videos auch online oder waren jetzt bis jetzt online was ich auch sagen möchte ich habe ja gesagt dass ich einen großen teil verändern möchte der erste grund ist tatsächlich ich werde kein geld mehr in richtig im fortner dran stecken es kann auch sein dass ich wenn ich was kaufe in den skin dass ich den auch bloß für mich kaufe und tatsächlich jetzt auch nichts mehr verschenke ich werde auch gar nichts mehr verschenken ähm bis vielleicht auf eine person aber die weiß es ja weil ich es ihr erzählt habe ähm was ist noch das ist der stand der dinge und ja und ich möchte ich was ich jetzt noch machen werde ist noch mehr zeit für privat erst mal ich weiß jetzt nicht ob ich die nächsten tage auch noch mal streamen werde oder so aber ich möchte auch erst mal so ein bisschen Zeit haben noch mal so ein bisschen noch mal für mich so wisst ihr ja auf jeden fall das war's ich habe mich gefreut dass ihr meine videos angeschaut ich möchte auch noch mal sagen danke an 333 abos und ciao